Thomas, bitte! Hör mir wenigstens zu! Lass mich in Ruhe. Thomas, du bist wie ein Bruder für mich. Lass mich nicht allein. Bruder! Ja, klar. Es ist das, was du deinem Vater erzählt hast, bevor er mir das Geld gesperrt hat. Ich... ich hab ihn nicht angerufen. Das war ne Lüge. Ich war sauer, weil das mit Coco nicht geklappt hat. Ich kam mir vor wie der letzte Loser. Deshalb hab ich nicht volllaufen lassen. Und ich bleib angemacht. Sorry. Ich hab Alex alles erzählt. Was erzählt? Na, das mit dem Alk. Und so ein Streit. Alles eben. Du bist mein bester Freund, Thomas. Alles andere ist mir sowas von egal. Gib mir noch ne Chance. Bitte.